Es freut mich heute zum Rare Disease Tag in Erinnerung zu rufen, dass die kindlichen Krebserkrankungen sehr selten sind und damit Teil dieser seltenen Erkrankungen darstellen. Daher haben wir hier an der St. Anna Kinderspital und der St. Anna Kinderkrebsforschung auch unter der Designation von unserer Bundesregierung einen Schwerpunkt als europäisches Referenznetzwerk. Wir koordinieren hier in ganz Europa die Vernetzung für Kinderkrebserkrankungen. Das ist uns enorm wichtig, weil nur durch die Mitarbeit in den vereinzelten Mitgliedstaaten wir letztendlich eine Möglichkeit haben, derzeit bestehende Ungleichgewichte in der Versorgung, in der Behandlung, in der Forschung auszugleichen.